Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battlefield 5. Wir starten das erste Kapitel rein mit dem Titel Unter keiner Flacke. London, England, Frühjahr 1942. Als die britische Truppen von den blutigen Stränden Dünkirchen flohen, er eilte. Deutschland befielte den kämpfenden Soldaten neuer Pfand. Bereiten sie Jäger-Truppen für eine blutrünstige Terrorherrschaft vor. Das britische Militär hob eine beispiellose Streitmacht aus. Diese Streitmacht sollte die Regeln der Kriegsführung neu definieren. Die erfolgreichen Teilnehmer in diesem Modell waren nicht der Typ, der im konventionellen Militär aufblühte. Also Kriminelle und so auch. Es handelten sich um Unruhstifte, Halsabschneider und Hassatöre. Diese Leute meldeten sich nicht freiwillig zum Militärdienst. Nein, nein, nein. Sie wurden gezwungen. Gab's wirklich? Okay, das war's. Bist du Billy Bridger? Es sagt, dass ich auf mein Pad hier kriminelle Begründung von Explosives, Verrückung, Attempted Arm Robberie, Arson, Attempted Arm Robberie. Hast du versucht, die gleiche Bank zu verraten? Nein. Oh, ja, hast du gemacht. Weil du Billy Bridger bist. Du bist der Sonne von einem großen, Schmerz, Schmerz, Schmerz. Ich bin ein Schmerz, Schmerz. Gib mir das Schmerz. Das ist dein Vater, nicht wahr? Also, wie kommt er, dass du nicht mit dir geblieben bist? Ich habe alle die Truppen in deinem Haus. Oh, ja. Ich habe ein kleines Problem für dich. Ich bin ein Schmerz. Du wirst du lieb, es ist direkt auf deine Straße. Das ist dein Kind. Und es muss besser sein als in deinem Haus sein. Ich werde dir alles gut. Ich werde dir alles gut. Was ist ein Kind? Sag mir, Bridger. Würde du auf den Seaside mögen? Was ist ein Kind? Es ist dein Kind! Und da keiner flacken. Voll gemessen. Ja, ich modifiere sie ein bisschen. Sie zwei, wissen Sie was machen. Das ist ein Stuka. Oh, wir haben den Thomsen. Das war 19 Uhr. Das war's. Dieser britische Akzent, der ist immer wieder genial. Das war's. 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 Was ist das? Oh, ich glaube, wir haben Violl, ja. Der liegt einfach im Brief rum. Ich will nach Hause. So. Eines Tages hat uns nach den verschiedenen Teilen einer Dampfloch gefragt. Er sagt, das ist ein Kuhfänger. Damit schießt man Kühe vom Gleis, damit der Onkel sie nicht verscheuchen muss. Weiß jemand, wann die Vorräte kommt? Ich habe nur noch ein paar Strümpfe. Geh richtig. Es ist höchste Zeit für Nachschub. Gefährlich. Schalt gedämpft. Schöne K98. Das ist ein Schauschützer. Der große Peter. Das ist ein Schauschützer. 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 Das Schauschützer. Das Schauschützer. Das Schauschützer. Das ist ein Schauschützer. Das Schauschützer. Ja, 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 ja. Oeps. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Geh auf! Alles klar, du Boxer-Belts! Ich werde es sehen, was du hast. Gutsch in! Come on! Oh, ich glaube, ich hab mal da. Dann musst du dich aufhören, dann musst du dich aufhören, Junge. Du verstehst mich? Halt! Das ist eine Idee! Das ist ein Scheiße! Das ist ein Scheiße! Du musst das nächste Mal machen. All right? Just wie du alle die Banken gemacht hast. Ja. Ja. Ich werde es getan haben. Alles klar? Ja, natürlich ich bin. Listen. Geh das. Das ist alles. Okay. All right. Ich werde es nach unten und fertig. Ich werde dir ein paar Hilfe. Ich habe dich auf diese Sache. Ja. Mach das und wir sehen uns. Ich will eine kleine Kippe. In der Scheiße. Keine Steine. Keine Steine. Geh. Geh. Du Scheiße. Das ist wie eine Mission im ersten Teil am Ende. Als wir den Wüstengeister gespielt haben. Zara-Riese, glaube ich. Okay. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Euer Woldgema YouTube. Ciao. Ciao. Ciao.